Wir segnen heute Buch Maxis und des Weidmanns Schießgewehr, die Jesus-Chips und dem Messwein, das Klo von der Feierwehr. Doch wir segnen keine Schwulen, auch zu Lesben sagen wir nein. Wir segnen bestimmt keine Sünder, denn wir sind ein frommer Verein. Ich bin kein warmer Bruder und ich hab kein Alkoholproblem. Ich war noch nie noch an der Hochzeit im Laufhaus. Wir sind die katholische Kirche, der größte Verein dieser Welt. Geheiligt werde das Geld. Doch es gibt auch mutige Pfarrer, die sich von dem Rest distanzieren und mit schwenkenden Regenbogenfahnen ihren Job riskiert. Schlimmer als der FC Bayern und Red Bull Salzburg ist nur noch ein Verein. Die römisch-katholische Kirche mit ihrem scheinheiligen Schein. Die römisch-katholische Kirche mit ihrem scheinheiligen 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 Scheinheiligen. Meine Ich bin sehr gut.